So, Freunde, da sind wir wieder bei Shining Force 1. So, wir sind jetzt hier in Pao oder Pejo angekommen, der Wagenstadt. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere Kameraden wieder auf Vordermann bringen. Wenn der gute Priester jetzt mal hier runterkommen würde. La la la, so, endlich, haha. So, genau, erstmal hier die Leute wieder heilen. Beziehungsweise wieder auferstehen lassen. So, Luke auch noch und ich glaube, dann war es das auch schon. Und dann möchte ich auch hier noch ein bisschen promoten. Ja, so. La Promotion. Genau, Maxi sofort. Auf jeden Fall. Er ist jetzt ein Hero, mein Gott. Wunderbar. Ja. So, wen wollen wir noch kennen? Du, 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 du. Ähm, wen wollen wir noch hier? Sylon nicht. Du, du. Ich weiß gar nicht, wie das mit Ken ausschaut hier. Aber André auf jeden Fall. Na gut, komm, Ken jetzt auch noch. Dann haben wir alle durch. So. So. Jetzt ist da ein Paladin. Ein Pilgen. Ne. Kennen wir ja alle. Gut. Okay, guck mal, jetzt sehen wir auch viel cooler aus. Jetzt haben wir eine richtige Ritterrüstung hier an. Wunderbar. So viel. Okay. So. Das sieht doch hier schon mal. So. Ja, dann kaufen wir mal was. So ein Healing Seed. Das kriegt Ken. Ähm. Boah, ich glaub, das war's, ne? Das war's. Ist der hier eben was? Ja. Ja, dann sprechen wir doch mal mit dem. Oh. General Elliot. Oh, oh. Ja, okay. Dann hören wir mal zu. Okay. Okay. Ja, sowas finde ich doch dann sehr löblich. Zumindest einer von den Leuten, der immer ein bisschen nachdenkt hier. Aber man sieht, Runefaust war gar nicht immer böse. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Und wir haben ein Langschwert. Ein Langschwert, mein Gott. Heute habe ich es aber auch hier mit dem Klaudern. Ah, wunderbar. Natürlich. So, ähm... Okay. Erstmal unser Schwert hier verkaufen. Das ist gut. Steals? Nein. Ja. So, dann zählen wir ein wenig hier. So, das Mittelschwert kommt weg. Achso, nee, das wollte ich doch gar nicht. Ja. So, was hat er denn hier im Angebot? Oh, eine Mittelachst. Steep, oh, 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 oh. Dann kriegen wir jetzt erstmal hier so ein Mittelschwert. Ah, das... Oh, dann kriegt Barbaroi so ein Ding. Ähm, ja, was wollen wir noch? Hier, die Axt, die kriegt doch auf jeden Fall Gort. Gorty? Wo ist er? Hm. Luke könnten wir natürlich auch die Axt geben. Ne, komm, die kriegt Bort. Achso, nee, das jetzt nicht. Ähm... Wupp. Quip. Ah, sorry. Ah, mein Gott. Was ist denn heute los hier? So, ähm... Hier, Pelle, den haben wir jetzt auch neu. Ja, ich glaub, der war nicht so gut. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber den nehm ich auf jeden Fall schon mal nicht. Gort haben wir equipped. Ähm... Doodle, doodle, doop. So, Barbaroi. Gut, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das Mittelschwert kommt weg. So, jetzt kommt noch... ...Fort hier mit seiner Handaxt. Nein, nein, nein. Super. Achso, hier. Nicht vergessen. Äh... Ach. Oh, ein Brot des Lebens. Nett. Sehr nett. Ähm... Du, 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 du. Du, 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 du. Und gucken wir nochmal, wer es kriegt. Das kriegt Zylo, so, das haben wir dann auch schon mal, so, was haben wir hier? Okay, dann müssen wir uns mal hier, glaube ich, beeilen, nicht, dass wir hier gleich mitfahren müssen. Oh, das hört sich doch gut an. Legs of Haste. Tja, die Pferdefüße. Tja, das wird natürlich zu Mei passen, ne? Aber ich glaube, dass wir das kennen geben. Das equippen wir auch gleich. Wie? Kann man das nicht equippen? Oder? Oder was? Oder was hier? Ach. Äh. Äh. Dann kriegt das halt jemand anders. Die Pferdefüße. Ja, was ist denn hier, wenn wir das jetzt Max wieder geben? Oder Max? Kann man es denn mit ihm equippen?